meine lieben world of warcraft freunde letzte nacht lag ich lange lange wach und habe mich gefragt was könnte besser sein als ein fliegendes schwein in einem computerspiel und mir ist einfach nichts eingefallen und gott sei dank kam blizzard heute mit diesem einfall um die ecke und hat mir die antwort geliefert ein fliegendes rind ochse whatever glücksiak jun bang da habt ihr es wahnsinn meine lieben damen und herren ich begrüße euch zu einem neuen video auf meinem kanal und ja ich möchte euch ein neues shop mount vorstellen wie ihr es bekommen könnt und so weiter und so fort ihr kennt das spiel wenn euch das video gefällt lasst ein like da lasst ein abo da und drückt auf die glocke würde mich sehr freuen und damit gucken wir uns das ganze mal an erstmal vorweg warum gibt es jetzt ein glücksiak blizzard hat wieder ein neues paket für euch geschnürt sagen wir mal und ich habe gelesen auf wowhead das ist wohl irgendwie das jahr des ochsen oder irgend so was und passend dazu gibt uns china china gibt uns blizzard ein fliegendes jack oder ein ochsen whatever dazu schreibt blizzard die pandaren ältesten behaupten das glücksiak jun bringt den glück die sein glitzerndes fell berühren jetzt können sie diesen bezaubernden hornträger ohne zusätzliche kosten mit dem kauf eines sechs monatigen abonnements erhalten wenn das nicht toll ist jetzt gibt es also nicht mehr ein hässliches transmog set zum sechs monatigen abo sondern ein mount und ich muss zugeben es sieht tatsächlich ein bisschen besser aus als dieses scheußliche transmog set ist aber auch nicht wirklich schwer und nun ja wenn ihr euch jetzt dazu bereit erklärt ein sechs monate abo abzuschließen dann gibt es das jack ochse wie auch immer prinzipiell finde ich das model gar nicht mal so schlimm ich mag immer neue mounts wenn sie ein neues model mit ins spiel integrieren ist natürlich schade dass neue models hauptsächlich dann kommen wenn man geld dafür bezahlen muss aber sei es jetzt mal drum ansonsten ich mag auch die goldene farbe das sieht ganz cool aus mit dem rot das passt auch irgendwie ziemlich gut prinzipiell finde ich es jetzt nicht so super hässlich also da gab es schon schlimmeres aber wie gesagt wenn ihr es in anführungszeichen umsonst haben wollt dann müsst ihr dafür 65 euro und 94 cent brappen dann erhaltet ihr ein sechs monats abo was ihr nicht zwischendurch wieder kündigen könnt und diesen jack gleichzeitig könnt ihr aber auch sagen nö so lange will ich mich jetzt nicht binden könnt ihr das ding so kaufen und dann könnt ihr es für 25 euro aus dem shop erwerben also den standard preis für ein mount wir erinnern uns soweit ich weiß war das letzte mount was es für so eine promotion mit dazu gab war das silberische träume oder war das noch hochgross ich glaube das war sogar der träume den es noch davor und davor war hochgross irgendwie so also jetzt haben wir nicht nur fliegende schweine das müsste sogar tatsächlich auch war das nicht auch letztes jahr um den zeitpunkt rausgekommen nun ja auf jeden fall finde ich das jakt besser als hochgross aber sei mal dahingestellt und was ich glaube das erste mal wurde diese promotion eingeführt mit diesem mount hier oder gab es das zum blizzcon ticket whatever auf jeden fall gab es das auch mal mit sechs monate abo und dann hat man das mount dazu gekriegt das fand ich übrigens richtig cool habe ich mir trotzdem nicht gekauft weil ich obwohl ich meistens ww trotzdem spiele aber ich will mich einfach nicht auf sechs monate an so ein spiel binden kann immer mal sein dass ich zwischendrin doch keinen bock mehr habe und dann lasse ich das ganze lieber nun ja jetzt gibt es also das jak wer jetzt eh sagt ich spiele eh oder ich kaufe mir eh mal das sechs monate abo dann würde ich sagen greift auf jeden fall zu diesem bundle ähm denn wenn es was umsonst gibt warum nicht besser haben und nicht brauchen als ne besser brauchen und nicht haben nein momente mal jetzt ich bin vollkommen auseinander äh durcheinander besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben so rum es ist schon spät zu dem zeitpunkt wo ich dieses video aufnehme aber nichtsdestotrotz wie gesagt wenn ihr das eh immer kauft dann kriegt ihr das mount noch dazu und dann seid ihr glücklich und wenn euch das haustier reittier auch so gefällt dann holt es euch einfach so dazu ähm gab es definitiv schon mal hässlichere das war es an dieser stelle mit meinem kleinen video ich hoffe es hat euch gefallen ich bin mal gespannt wie viele leute man zukünftig ähm auf diesem reittier durch die gegend flitzen sieht schreibt mir mal in die kommentare ob ihr es euch holen werdet und ansonsten bedanke ich mich an dieser stelle fürs zusehen wünsche euch noch einen wunderschönen guten abend guten tag whatever wann ihr das video seht bleibt gesund und reingehauen bis bald um Bis zum nächsten Mal.